Es ist nicht immer so wild. In St. Griegen sieht jeder klar, was er bei der Franzi war. Ich bin die Franzi aus St. Griegen am Wolfgangsee. Ich bin Augenoptikmeisterin im gemütlichen Brillenstadel, wo die schönen Augenblicke im Leben wieder sichtbarer und noch deutlicher gemacht werden. Und mir massiert, dann sie auch gern. Hin und wieder kann ihr auch jemanden aus der Bassung bringen. Sorge für geschüttelte anstatt verschmierter Brillen und bringe durch die richtige Sonnenbrille sogar die Atmen zum Glühen. Ich freue mich auf deinem Besuch.